Hallo liebe Heimkino-Freunde, herzlich willkommen bei GroBiTV. So sieht es bestimmt bei vielen von euch aus. Eine ganze Anzahl von Blu-Rays steht im Regal oder einfach auf den Blu-Rays-Spieler abgelegt. Und man muss dann immer wieder suchen. Das Ganze ist doch mittlerweile etwas unübersichtlich geworden bei den vielen Anzahl von Titeln, die es gibt. Und ja, ich bin stolz darauf, dass wir als erster in Deutschland den neuen Sony Blu-Rays-Spieler mit einem 400-fach CD-Wechsler kombiniert demonstrieren können. Hier ist er. Das ist der neue Mega-Changer, der Blu-Rays-Spieler von Sony, der BDP-CX7000ES. Und wie der funktioniert und welche Besonderheiten im Inneren dieses doch relativ großen Gerätes stehen, erklären wir euch in den nächsten Minuten. Voila. Hier ist das Karussell für bis zu 400 Blu-Rays. Natürlich passen auch normale CDs oder DVDs rein. Und wie das Ganze dann vom Aufladen und vom Bedienen her funktioniert, könnt ihr euch sofort anschauen. Meine erste. Und jetzt geben wir ein bisschen Gas. Der BDP-CX7000 hat jetzt einen Netzwerkanschluss. Und mittels des Netzwerkanschlusses lockt sich der BDP-CX7000 direkt in dieses Programm Grace Note ein und prüft jetzt anhand der Daten von den jeweiligen Blu-Rays, den CDs oder den Musik-DVDs oder auch normale Spielfilm-DVDs, die Inhaltsangaben. Also Titel, welche Darsteller mitgespielt haben, Regisseur oder auch welche Kategorie dieser Film beispielsweise hat. Comedy, Horror, Action etc. Das Ganze dauert natürlich etwas. Und offen gesagt, wenn jetzt da 400 Blu-Rays auf einen Schlag reingepackt werden, ist natürlich empfehlenswert, das Ganze am besten vom Schlafengehen zu machen. Somit ist der anderen Morgen sicherlich fertig. Und ich sehe dann gleich in der Übersicht alle gefundenen Titel entsprechend aufgezeigt. Das Einlesen jeder CD, DVD, Blu-Rays dauert ca. 30 Sekunden. Und wie wir sehen, fertig sind wir. Angezeigt wird beispielsweise, wenn es optimal läuft, der Titel der jeweiligen DVD, der Name des Films, als aber auch entsprechend hier der Regisseur, entsprechend welche Kategorie dann dort der Film hat. Und das Ganze kann ich dann jetzt, wir kennen das vom Aufbau des Menüs wie bei der Playstation, über dieses entsprechende Kreuzmenü steuern. Und sehen, er hat also schon eine ganze Menge DVDs gefunden. Wenn er meine DVD nicht gefunden hat, dann habe ich die Möglichkeit, manuell den Titel nochmal zu verändern oder manuell den Titel einzugeben. Und kann dann also wirklich dafür sorgen, dass auch wirklich jeder Titel dort entsprechend mit seinem Namen erscheint. Der Sony Mega Changer 7000 verfügt natürlich auch über sehr individuelle Funktionen. Ich erwähnte es kurz schon, dass man eben die Titel auch manuell eingeben kann vom Text her, von der Bezeichnung her. Dafür muss ich die Taste Tools drücken. Wenn ich das jetzt mache, dann sieht man beispielsweise, dass ich jetzt mir alle Inhalte sortieren kann, nach verschiedenen Kategorien. Beispielsweise nach dem Namen des Slots, nach dem Jahr, wann der Film realisiert worden ist, nach Titelnamen, alphabetisch. Ich kann aber auch natürlich das Ganze sortieren nach entsprechenden Content, in Form von Genresortierung, nach Cast, nach Direktor. Und somit gibt es also immer wieder neue Variationsmöglichkeiten, wie man sich den Filmabend individuell nicht gestalten kann und sofort auf sein Archiv zugreifen könnte. Hier unten haben wir die Möglichkeit, dann die Funktion Edit aufzurufen. Und Edit bedeutet nun konkret, ich kann den Titelnamen überarbeiten, ich kann das Genre vielleicht ändern oder auch hier weitere Daten nochmal aktualisieren. Wie geht das Ganze von der praktischen Umsetzung? Rename Titel machen wir mal als Beispiel. Hier klickt das jetzt entsprechend an, hier habe ich dann mein großes Alphabet und kann das relativ einfach über die Fairmenüung direkt durch Anklicken der jeweiligen Buchstaben eingeben. Das Menü ist vergleichbar mit dem der PS3, somit jeder, der eine PS3 schon mal in den Händen gehalten hat und mitgespielt hat, wird sich da sehr schnell zurechtfinden. Wir haben also hier die Übersicht für die ganzen Videoinhalte, hier die Übersicht wird angezeigt für die Musik-CDs, hier könnten wir uns Fotos anschauen und hier ist natürlich das Setup-Menü. Wir sehen sofort die Funktion Network Update, das sieht er sich, wenn möglich, über das Netzwerk. Derzeit ist die Version 13 hier installiert mit der Menüsprache Englisch oder Französisch. Deutsche Versionen sind wohl in Vorbereitung, genauso wie es auch wohl noch ein weiteres Update geben wird für die Grace Note Funktion, also für die Abfrage der Daten für die jeweiligen CDs und DVDs oder Blu-Rays, die man eben eingelegt hat. Da soll sich also in den nächsten Monaten noch das eine oder andere tun. Die Grundeinstellungen des 7000er Mega-Changer von Sony sind vergleichbar mit den Top-Modellen der Sony-Palette. Natürlich unterstützt der Blu-Rays-Spieler die neuen hochauflösenden Tonformate. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch mit automatisch 24p auszugeben. Also alles in allem ein extrem hochwertiger Blu-Rays-Spieler, der dann eben die Zusatzfunktion hat mit dem kleinen Schacht von 400 Silberscheiben, die man dort ablegen kann. Verfügbar sein soll der 7000er in den nächsten Tagen bei uns für einen Preis von 1999, also 1999 Euro. Es gibt in Amerika noch eine kleinere Version des Mega-Changers, die aber hier in Europa definitiv nicht angeboten werden wird. Aber ich denke mal, zu dem, was das Gerät leisten kann und wie die Funktionalität schon bereits ist, ist das doch ein sehr fairer und sehr attraktiver Preis, gerade für Besitzer von größeren Blu-Ray-Sammlungen, die nun wirklich ganz bequem aus dem Sofa heraus ihre Filme verwalten und starten können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.